Moin meine Lieben, hier ist Shomu von VR, ich bin Mutensen und heute wollte ich mich mit einem für mich interessanten Thema beschäftigen. Ihr wisst ja, ich interessiere mich sehr für VR. Die ganze Technologie hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Meta, einer der treibenden Kräfte, ist halt irgendwann von PC VR mehr zu Mobile VR umgeschwenkt. Und der Erfolg gibt denen ja auch recht bei der Geschichte. Sie haben mit der Quest 2, Gerüchte halber, offizielle Zahlen gibt es nicht, aber Analysten schätzen so irgendwas über 20 Millionen Quest 2s verkauft. Das ist eine extreme Menge. Deswegen ist die Quest 2, also ein mobiles Gerät mit einem mobilen Chip, sozusagen der Goldstandard im VR Gaming geworden. Mit wenigen Ausnahmen werden die meisten Spiele daraufhin erzeugt. Jetzt kommt der Nachfolger, die Quest 3 und die hat einen leistungsfähigen Prozessor, nämlich den XR2 Gen 2. von Qualcomm, welche Mehrleistung der hat, was der so kann. Das wollte ich mir jetzt heute mal genauer vorknöpfen. Ich bin nämlich grundsätzlich immer sehr technikinteressiert und gerade was 3D-Grafiktechnologien angeht, da stecke ich bis zum Hals drin, weil das einfach auch mein Job ist. Und ich finde es mir sehr interessant, was da eigentlich unter der Haube alles passiert oder passieren könnte. Und in diesem Video möchte ich mir heute mal den Chip, der in der Quest steckt, genauer angucken. Keine Angst, das wird überhaupt nicht nerdig. Ich versuche das alles möglichst einfach zu erklären, damit man mal einen ungefähren Eindruck bekommt, wo wir da performancemäßig wirklich landen. Viel Spaß bei diesem Video. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Die Quest 3 kommt jetzt nächste Woche und wird natürlich für Quest 2 Besitzer ein schöner Sprung nach vorne. Sie hat nämlich unter anderem auch diese fantastischen Pancake-Linsen, die wir jetzt schon aus anderen Geräten kennen. Und offensichtlich doch ein ziemlich gutes Field of View. Das sollte eigentlich der Pico 4 zum Beispiel oder einer Index so ziemlich entsprechen. Und das ist schon eine wirklich nette Geschichte. Durch die Pancake-Linsen bekommt man dann auch ein schönes, klares Bild. Also da verbessert sich alles. Die Aufstellung des Displays ist jetzt nicht massiv mehr, aber im Büschen. Und dazu kommt jetzt aber der Snapdragon XR Gen 2, der mehr Saft unter der Haube hat. Und wie viel mehr gucken wir uns jetzt mal an. Interessant ist vielleicht auch nochmal für alle, die sich über das Thema gar nicht bewusst sind. Der XR 2 Chip ist ja ein Fork von den normalen Snapdragon-Handy-Prozessoren, dem Snapdragon 8. Dementsprechend in der Leistung sehr ähnlich. Wie wir alle wissen, an einem Handy kann man mittlerweile wirklich erstaunlich komplexe Spiele spielen. Auf einem Handy werden die Spiele aber meistens mit 720 oder maximal 1080p dargestellt. Meistens mit 30 oder im besten Fall 60 Frames pro Sekunde. Das ist dann schon der gute Fall. Wenn ihr auf einem Handy irgendwie nicht saubere 60 Frames pro Sekunde bekommt, das ist nicht so tragisch. Auf einem VR-Gerät sieht das ganz anders aus. Dieselbe Performance, die dort zur Verfügung steht, wird ganz schön gefordert. Denn ihr müsst nicht nur ein Bild erzeugen, sondern zwei. Auf einem Gerät wie in der Quest 2 ist auch die minimale Auflösung, die da ungefähr bedient wurde, mindestens 1500 mal 1500. Und das zweimal, ihr erinnert euch. Jetzt kommt es auch nicht mit lediglich 30 oder 60 Frames pro Sekunde, sondern im minimalen Fall mussten dort 74 Frames pro Sekunde im besten 90 erzeugt werden. Und das ist nicht zuletzt einer der Gründe, warum die Mobile Games auch verhältnismäßig reduziert aussehen. Die benutzen bisher mit einigen Ausnahmen kein modernes Shading, keine hohe Auflösung, kaum Schattierung. Das kann und wird der XR2 Gen-Chip jetzt einfach mal anpacken. Von der GPU her, also die Grafiker, die was berechnet, laut Meta und Qualcomm zumindest 2,6 mal schneller ist als sein Vorgänger. Das ist ein sehr guter Wert und diese Performance kann man auch benutzen. Die CPU an sich, also das Äquivalent zu eurem Intel oder AMD Prozessor im PC, die ist lediglich 33% schneller. Das ist eigentlich bei Generationswechseln immer eine normale Geschichte. Insgesamt ist das schon dann ein ganz schöner Leap nach vorne. Witzig ist aber auch, dass die Quest 3, wenn sie halt zum Beispiel ihre AR-Fähigkeiten benutzt, also wirklich mit diesen ganzen Kameras und Pass-Tools und so arbeiten muss, auch nochmal an Performance einbüßt. Da sagt die GPU-Performance dann nochmal um 17% runter und die CPU-Performance um 14%. Klingt jetzt wilder als es ist. Bei AR-Anwendungen muss man ja nicht den ganzen Raum um sich herum rendern und mit Pixeln füllen, sondern im Zweifelsfall nur irgendwie ein bisschen Geklatscher an der Wand. Was macht also jetzt der XR2-Shop mit diesen 2,6 mehr Performance oder was kann er machen? Eine gute Geschichte ist, wenn ihr die Quest 3 einschaltet, dann nutzt ihr das schon. Nämlich alle Spiele, was ich in meinem letzten Video zum Beispiel noch nicht wusste, ich habe es aber darunter geschrieben dann, alle Spiele benutzen schon mal eine grundsätzlich höhere Renderauflösung, also eine Basis-Renderauflösung. Und das bedeutet, wenn auch die Quest 3 nicht wesentlich mehr Pixel hat, wird das aber noch ganz anders bespielt jetzt. Normalerweise sind die Auflösungen auf der Quest 2 bei circa, ich runde jetzt mal ab, also bei 1400 mal 1400 gewesen und das Bild wird dann einfach auf das komplette Display gestretched. So, ihr kennt das vielleicht von Photoshop, wenn ihr irgendein ganz altes Foto habt und das größer machen wollt, da entsteht eine Interpolation. Das heißt, ihr habt einen schwarzen Pixel und einen weißen Pixel in eurem Originalbild, dann wird die gestretched und der Computer muss irgendwie dazwischen neue Pixel erfinden. Was sagt er? Er sagt, guck mal, hier war weiß, hier war schwarz, dann mache ich doch eine Mitte grau. Das ist jetzt sehr einfach erklärt. So funktioniert die Interpolation bei Bildern. Mittlerweile gibt es wesentlich clevere Algorithmen, kommen wir aber später nochmal drauf. Deswegen wurden die fast 2000 mal 2000 Pixel der Quest 2 eigentlich nie mit wirklich Bildinhalten bespielt, sondern immer mit gestretcheden Bildern. Je nach Skills des Entwicklern mit mehr oder teilweise auch noch weniger. Das sorgt dafür, dass das Bild halt immer ein bisschen unscharf aussah und man Schriften halt nicht so fantastisch sehen konnte. Es gibt Spiele auf der Quest 2, die eine Menge rausholen und wirklich erstaunlich aussehen. Eins davon wird heute hier noch eine Rolle spielen. Jetzt hat die Quest 3 schon basicmäßig, wenn ihr noch gar nichts macht, eine höhere Target-Auflösung. Aber sie ist bei, ich glaube, 1,8 mal 1,8 oder 1,7 mal 1,7. Irgendwie sowas ist also schon müh besser. Jedes Spiel wird jetzt schärfer aussehen. Könnte auch nach hinten losgehen. Einige Spiele, wenn sie schärfer aussehen, gewinnen nicht unbedingt dann an Charme. Was aber bei der Quest 3 jetzt passieren kann, also durch die Mehrperformance, die die halt zur Verfügung hat, könnte man halt die Auflösung wirklich mal an die Grenze auch stoßen lassen. Wenn ein Entwickler also sagt, ich patche jetzt mein Spiel und optimiere das noch auf die Quest 3, dann könnte er einfach diese Mehrperformance auch noch überschreiten, die standardmäßig jetzt eingebaut ist, und dann sagen, pass mal auf, mach mal hier wirklich die Auflösung auf Anschlag. Eigentlich bedeutet eine Verdoppelung der Performance, was die GPU angeht, dass die wirklich an die physikalische Anzahl der Pixel stoßen könnte. Auf dem PC läuft das so ab, dass die Spieler allerdings nicht nur die 2000x2000 Pixel erreichen mit ihrem Render-Target, sondern normalerweise macht man eigentlich noch eine wesentlich höhere Auflösung. Im Idealfall mindestens 1,2, im besseren Fall so 1,5 des Wertes. Also eigentlich rechnet man, wenn man richtig gut drauf ist und die Performance hat, 3000x3000 Pixel. Und dann, und jetzt kommt's, macht man, das nennt sich Subsampling, schrinkt man sie wieder runter auf die 2000x2000. Und dann ist das Bild insgesamt wesentlich klarer und crisper, weil diese ganzen Interpolationen, die dann stattfinden, halt der ganzen Bildqualität guttun. Man hat ein super ruhiges Bild und es wirkt auch sehr scharf. Das ist die Idealversion. In dieser Region wird die Quest 3 auch nicht so dramatisch vorstoßen, aber das, was sie an mehr Performance und höhere Auflösung liefern kann, dürfte schon ein deutlicher Unterschied zu Quest 2 sein. Während der normale Mainpass, nämlich einfach die Grafik darzustellen, nachzustellen, halt bisher die GPU der Quest 2 ausgelastet hat, ist da jetzt bei der GPU des XR2 Gen 2 wahnsinnig mehr Luft, mehr als doppelt so viel. So, jetzt kann man Pre-Processing-Passes mit einfügen, wo zum Beispiel irgendwelche Schatten und so mit berechnet werden. Aber wichtig auch Post-Processing-Passes. Das ist eigentlich totaler Standard bei der Spielentwicklung mittlerweile. Ihr kennt die Spiele, die auf euren Konsolen oder Handys und so laufen. Die haben Effekte wie irgendwelche Glows und Tone-Mapping. Das könnt ihr euch vorstellen wie in Photoshop, wo ihr nochmal ein Foto bearbeitet und noch ein bisschen mehr Kontrast rein und guckt mal hier und so. Das sind Prozesse, die laufen da in Echtzeit ab. Das macht ja das Bild wenigstens besser und interessanter auch. Vielleicht fällt es euch ein bisschen auf, manchmal auf der Quest, dass einige Spiele wirklich krass blass und komisch aussehen, obwohl man das Gefühl hat, dass das gar nicht so sein müsste. Aber sowas frisst Rechenzeit, die einfach nicht da ist. Das liefert aber jetzt die Quest 3. Diese normalen Effekte, außerdem kann die Performance in das Shading reinfließen. Shading ist einfach die Darstellung von Materialien auf Objekten. Auf der Quest 2 ist es oft so, dass ihr Metallschwert in der Hand habt und da hat jemand aber quasi nur eine Grafik von Metall draufgeklebt. Das ist also eine Textur. Und wenn ihr das bewegt oder so, dann wirkt es deswegen immer eher so ein bisschen cartoonig und nicht wie echtes Metall. Wohlgemerkt, mit einigen Ausnahmen. Das große Entwickler haben eigentlich nur dieses Niveau erreichen können. Wenn man komplexeres Shading macht, was eigentlich in modernen Spielen komplett normal geworden ist mittlerweile, dann hat man auch entsprechende Reflexionen auf so einem Schwert. Und wenn man das dann bewegt, merkt man, uh, da arbeitet irgendwas. Das wirkt dann schon mal metallischer. Man kann dann auch noch gelayerte Shader machen. An den Stellen, wo euer Schwert zum Beispiel nichts berührt, an der flachen Seite oder so, da ist es dann glatt. Und dort, wo ihr mal anfasst, da ist es irgendwie ein bisschen abgegrabbelter. Oder wie bei einer normalen Nutzung von Materialien bekommt ihr dann so kleine Mikrokratzer überall drauf. Dadurch wird die Spiegelung mehr geblurrt oder so. Und diese Effekte gibt es dann auf einem Objekt alle zusammen, sodass es wesentlich realistischer wirken kann. Moderne Computerspiele machen das täglich und es sieht halt wirklich extrem aus. Und einige Feuerspiele machen das auch. Und das ist halt der Hammer, ja, dann ein Objekt in der Hand zu halten und zu sehen, wie fantastisch das aussieht. Guckt euch bitte mein aktuelles Red Matter 2 Video von der PlayStation 2 an. Und diese ganzen Sachen können jetzt passieren auf der Quest 3, was eigentlich die Grafik extrem verbessern sollte. Und jetzt sind wir nämlich bei Red Matter 2. Die Entwickler holen nämlich aus jedem System immer das Maximum raus. Bei schon allein der Performance, die die Pico 4 im Verhältnis zu Quest 2 mehr hatte. Auf der Quest 2 lief Red Matter 2 ursprünglich mit 1226x1440 Pixeln. Das ist gar nicht so viel, aber da hatten sie schon, was ich eben erzählt hatte drin, nämlich so schöne Shading-Effekte und so. Das kostet Performance. Deswegen haben sie sich gesagt, ey, wir wollen gut aussehen und auflösen, okay. Ich persönlich fand es auf der Quest 2 damals Atemberaubwind. Ja, es sah einfach fantastisch aus. Die gar nicht so viel Mehr-Performance der Pico 4, die eigentlich nur erreicht wurde, weil die Pico 4 nicht mit einem gedrosselten Takt lief oder nicht so sehr gedrosselten wie die Quest 2, die sorgte schon dafür, dass Vertical Robot da eine Frame-Buffer-Auflösung von 1872x2060, also fast die physikalische Auflösung der Pixel, gefahren konnten. Hier haben sie aber zum Beispiel auch das Anti-Raising eine Stufe runtergestellt. Dadurch war die Pico-Version extrem schärfer aufgelöst, aber wirkte auch immer noch so ein bisschen unruhig. Solche Geschichten konnten die aus dem wenig Mehr-Performance, die zum Beispiel eine Pico hatte, holen. Und die sind natürlich jetzt auch absoluter Vorzeige-Act für die Quest 3, weil sie da natürlich alles rauskitzeln können. Das Schöne ist, dass die Red Matter 2 halt so krass auf eine Quest 2 optimiert ist, dass sie bei den anderen Versionen für PC und Playstation dann einfach nur die Framerate und die Auflösung erhöht haben und zum Beispiel noch dynamische Schatten und höher aufgelöste Texturen dazu gefügt haben. Weil das eh schon so krass optimiert war, dass das auf den Plattformen mit Mehr-Performance dann durch diese Erweiterung halt immer noch richtig gut aussah. Hier ist jetzt ein gutes Exempel. Diese Effekte, die wird es auch jetzt auf der Quest 3 geben. Wir haben hier dynamische Schatten bekommen. Voila! Ja, ihr habt es ja vorhin erzählt. Das ist diese Pre-Processing-Geschichte. Die kann man jetzt mit einbauen. Super fantastisch. Dann gibt es neben der insgesamt höheren Auflösung auch 4K-Texturen jetzt auf der Quest 2. Der XMR2-Chip in der Quest 2 hatte 6 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung und der neue bekommt jetzt 8 GB Arbeitsspeicher. Ja, man hätte eigentlich auch noch mehr adressieren können. Schade, dass sie da nicht noch mehr gemacht haben, finde ich. Aber 8 ist besser als gar nichts. Immerhin hatte unsere gute alte Playstation 4 auch 8 GB Arbeitsspeicher. Also damit konnte man ja schon einiges anfangen. Und dazu kommt übrigens auch noch eine dynamische Auflösung und eine dynamische Framerate auf der Quest 3. Das Spiel wird die meiste Zeit mit 74 FPS laufen und in Action-Szenen schalten sie aber auf 90 FPS. Dafür schalten sie dann aber die Auflösung ein bisschen runter. Und deswegen lässt sich auch da nicht ganz klar sagen, mit welcher Auflösung das jetzt läuft. Es kann aber auf der Quest 3 mit maximal, durch die dynamische Auflösung, mit maximal auch so 3000 irgendwas mal 3000 irgendwas laufen. Das wird die meiste Zeit im Spiel nicht der Fall sein. Aber das ist tatsächlich das Maximum. Also an einigen Stellen des Spiels wird das so krass scharf aussehen, dass man denkt, man guckt durch eine Playstation 2. Kein Scheiß. Da laufen jetzt Leute rum und sagen, Red Matter 2 auf der Quest 3 sieht aus auf dem PC. Und die haben hundertprozentig recht. Ja, das sieht wirklich aus wie auf dem PC. Aber es ist nur Red Matter 2. Also kein anderes Spiel wird auch aufsehen wie auf dem PC. Keins will ich nicht sagen. Also es gibt andere fähige Entwickler, die da jetzt auch sowas mehr machen werden und auch dann nicht mehr so viel Skills brauchen, um das hinzukriegen. Es wird insgesamt also deutlich besser werden. Aber vielleicht nicht so, dass jetzt einfach jedes Spiel auf einer Quest 3 aussehen wird, wie auf dem PC. Das wird einfach nicht passieren. Vielleicht ist auch nochmal interessant, ein bisschen die generelle Performance auf dem Papier der ganzen Prozessoren anzugucken. Die Quest 2, also der XR2-Chip, der originale, der hatte circa 1,25 Teraflops. Also die GPU. Der neue Chip hat insgesamt 2,5 Teraflops. Die angekündigte Apple Vision Pro, die hat ja ein M2-Chip drin und der hat so auf dem Papier erst mal 3,6 Teraflops. Der hat eine ziemlich kräftige CPU und für Gaming-Verhältnisse so eine okierische GPU. Man kann das nicht direkt vergleichen, weil am Ende des Tages wird in der Quest 3 der arme XR2-Chip auch sämtliche anderen Operationen erledigen müssen, wie zum Beispiel das Pass-Through und dann dort interagieren, was auch nochmal Performance kostet. Da sagt die ganze Gesamtperformance der CPU und GPU nochmal um circa so 18 Prozent runter. Dem Apple Vision Pro ist dazu nochmal ein eigener Chip reingebaut worden, der dem M2 diesen Job abnimmt und die Performance da wird insgesamt dann größer sein. Aber so habt ihr vielleicht mal einen Eindruck. Ist aber gar nicht so interessant, weil wir noch gar nicht wissen, was die Apple Vision Pro so leisten kann. Wir wissen aber, was ein PlayStation 5 leisten kann, auch in VR. Die hat nämlich 10,3 Teraflops. So, also grob über den Daumen ungefähr viermal so viel wie dieser neue Chip in der Quest 3. Damit ist also die Frage beantwortet, Titel, wie wir sie von Konsolen VR oder PC VR kennen, auf der Quest 3 laufen können. Die Antwort lautet nämlich viermal so nicht. Hä? Macht das Sinn? Nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Im Vergleich nochmal bei PC VR sieht das nochmal ganz anders aus. Die beste Grafikkarte vom vorletzten Jahr oder wann das war, eine RTX 3090 Ti, die hat immerhin 40 Teraflops und das ist übrigens nur die Grafikkarte, nicht mit dem Prozessor. Das ist also nochmal eine ganz andere Welt. Wenn wir schon bei Teraflops sind, die aktuelle RTX 4090 hat übrigens 100 Teraflops. Die ist also eine Batzellion schneller als die XA2 Gen 2. Wenn ihr euch so die Range anguckt von Geräte und kommenden Möglichkeiten, ist auch die Quest 3 jetzt zwar schneller als ihr unmittelbar Vorgänger, aber steht ganz am Anfang der Reihe von Performance-Möglichkeiten für VR. Das tut aber gar nicht so viel zur Sache, weil die Entwicklung halt, wie ich schon erklärt habe, trotzdem hauptsächlich auf der Quest 2 passiert. Und so hat auch die Quest 3 dasselbe Problem wie der PC und wie die Playstation VR 2, dass das große Entwickler für eine Performance von der Quest 2 planen und entwickeln. Die Spiele haben dann immer diese Größe. Sie bekommen auf entsprechend performanteren Systemen leichte Upgrades, höhere Auflösung, mehr Frames pro Sekunde, aber im Zweifelsfall nahezu dieselbe Grafik. Im besten Fall nochmal aufgebohrte Grafik, wie zum Beispiel bei einem Red Matter 2, aber nicht unbedingt. Und dasselbe Problem hat auch ein bisschen die Mehrleistung der Quest 3. Die wird nämlich erstmal nur von ein paar Studios wirklich rausgeholt, dass es da massive Verbesserungen gibt, wie zum Beispiel dann Schatten und Shading plötzlich in den Game. Das wird eher noch selten bleiben. Das liegt dann auch gar nicht so sehr daran, dass es die Hardware jetzt kann und ihr das ausnutzen wird, sondern dass viele der Entwickler halt wirklich kleine Betriebe sind und das auch gar nicht schnell ausnutzen können. Die sind darauf angewiesen, dass sie ein Spiel machen, was immer noch auf einer Quest 2 läuft. Einige einerseits aus finanziellen Gründen, weil da halt der größere Abnehmermarkt existiert. Das wird ein Weichen dauern, bis sich jetzt auch brauchbar viele Quest 3s verkauft haben, was auch nicht mehr so schnell gehen wird, weil der Preis halt einfach massiv gestiegen ist im Verhältnis zum Quest 2 Start. Der zweite Grund sind einfach die Skills. Es dauert halt konkretere Texturen und höher aufgelöste und schönere Texturen und Ausleuchtung zu machen, dauert auch wieder mehr Zeit und braucht auch mehr Talent und kostet einfach mehr Ressourcen. Und auch das kann nicht jeder Entwickler einfach sofort aus den Ärmel schüttern. Das muss sich auch langsam entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie sich das so zeigen wird in nächster Zeit. Momentan gibt es kein Quest 3 exklusives Spiel, außer AR-Anwendung, da versteht man das natürlich, aber kein VR-Spiel, das wirklich absolut exklusiv für die Quest 3 entwickelt wurde. Alles ist immer noch mit der Quest 2 als gemeinsame Basis am Start. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, bis da Spiele dann wirklich super exklusiv für die Quest 3 entstehen und da alles rausholen können. Lass uns mal überraschen. Das sind ein paar Gedanken von mir zu dem Thema, die hoffentlich genauso interessant sind wie für mich. Und bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mal drunter, was ihr von dem ganzen Fürlefant haltet. Oder wenn ihr noch Fragen habt, die ich nicht beantwortet habe, dann schreibt sie mir auch drunter. Das war jetzt erstmal von mir. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, wenn euch solche merkwürdigen Technikgedanken interessieren. Bis dann, zum nächsten Mal von VR. Immer für euch da. Bye, bye.